ha 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 herzlich willkommen zurück bei meinschaft wir sind hier unten in der höhle in der höhle und ich will ich will immer hölle sagen arbeiten ja wirklich nur in der höhle will ist jetzt nicht die hölle in diesem sinne ja mehr redstone schön zu sehen die man denn heute mal die baue ich nein dann muss ich jetzt mal ehrlich sagen das war da spare ich mir mal und habe immer noch den scheiß tannenbaum skin muss ich ja auch mal ändern so und wir machen das jetzt so wir bauen jetzt schon uns hier ein wir bauen uns sätze hat er wir kräften uns wo kann man sich das kräften nicht genau 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 wir brauchen ja erstmal unsere werkbank so wir müssen noch mal ein bisschen ausschädeln vielleicht so und jetzt bauen wir uns mal zwei ofen öfen der öfenofen leuchten das hier mal ein bisschen aus da kommt ein creeper man stoppeln mal hier die wasser zufahrt so und dann bauen wir uns mal auch hier wir können uns mal hier auch unter unter der höhle ist auch mal cool vielleicht hier uns mal auch irgendwas hinbauen vielleicht eine kleine ja sonst so ein kleiner rastplatz oder so wenn man mal runter unter der erde und darunter tragen halt hier oben am meisten ein klein rastplatz hat so eine blick gut du trägst hier und so bin ich ich bin nicht tot 9 und ich habe auch nicht mehr zu essen wir sind hier unten nein wir müssen doch hoch nein ich bin unbedingt was zu essen ja das hat gerade nicht so richtig was gebracht deswegen tut es mir leid und wir treten uns mal um wir wir treten jetzt mal unsere und unsere heimreise an also dann die wussten wie kommst du hier raus ich habe keine ahnung also lange bin ich jetzt hier nahmen jetzt nicht dicht irgendwie machen wir das ist doch das ist doch selber warum brauchen sie mal so lange so ist ja hundertprozentig gold das ist doch gold ist doch silber und nicht gold verstehe ich jetzt nicht warum brauchen dass das ist so lange was ist denn jetzt los irgendwie läuft hier etwas schief ich weiß nicht warum aber ich kann nicht mehr abbauen aber ich bin noch ich bin ja auch schlau ich glaube ihr habt jetzt schon längst abgeschaltet wieder den kann man sich anschauen warum tut mir warum tut ihr mir das an so eine art ich habe keine lust mehr ja kann ja mal auch ein over pro gamer passieren das hätte nicht so wild würde ich jetzt mal behaupten und wir müssen jetzt irgendwie hoch ich hoffe aber bloß dass wir das wieder finden wir müssen uns weiter immer wieder weiter hoch hauen so hier haben wir eine fackel gut kurz wie was ist das was war das denn jetzt ach so ein verpister scheiß meine ganzen sachen die noch da mhm fuck alter oh nee hätte ich hätte das lieber mal in der kiste packen sollen oh scheiße ich hatte aber auch nichts mehr zu essen ja das wird es mal die ganze kacke so da ist der brunde war daran wieder der aufnahme schon wieder zweimal gestorben das bockt ja richtig und das erst bei part 3 aber beim dritten part der aufnahme unser haus man bringt uns ein haus in der ohne stein und so was wir jetzt abgebaut haben das liegt ja alles da boah alter scheiße weißt du wie bitter das jetzt wäre wenn ich jetzt oh oh hier war der engl ne weißt du wie bitter das echt also jetzt echt wie bitter das ganze jetzt wäre wenn ich jetzt das jetzt nicht wieder finden würde wo ich jetzt die storm bin das wäre jetzt wirklich sehr sehr tragisch bin ich hier runter gegangen wenn ich war so ich war sogar irgendwie runter zu kommen aber ich glaube gerade nur im kreis ne wo bin ich denn da lang gegangen wenn ich vielleicht ganz unten bin dann ist das vielleicht ein bisschen erträglicher meine suche weil ich dann genau weiß ach nö ach nö ach nö man schwimmen junge schwimmen schwimmen los hier ist gold nein ach man ach mein ich weiß noch nicht wo ich hin muss ach ach das ist so das ist scheiße wenn man hier unten stirbt durch ein scheiß skelett und warum bin ich denn schon wieder hier fast halb am verhungern ich lebe da erst gerade 5 sekunden ist das jetzt dein ernst man ich habe keine ahnung wo ich denn hier runter gegangen bin also hier war es dann bestimmt nicht so da ist hell ja ich weiß dass das mir ratten skelett äh ein creeper verfolgt ist doch mal gut jetzt hier nein ach alter ach komm denn ernst alter 2 dann ernst ich bin grad da schon dabei jetzt beide schon ja zum glück ich habe es dir vor gezeigt ach man eh wo bin ich denn da runter gegangen oder war das hier ach aha nein hier war es auch nicht ja nein nicht die verlassen ach man so viele schöne sachen waren da drin ohne ich hätte speichern müssen noch mal neute ist es jetzt euer ernst man ich finde doch die sachen nie wieder und wer was war denn da alles dabei ich hatte eisen hatte ich 25 stücke steine hatte ich dann ist ja die letzte folge total viel arsch gewesen ach man das ist doch jetzt hier zum verfickten aufregen ganz ehrlich und ihr freut euch bestimmt gerade weil ich total am abkacken bin und das ganze ist auch bestimmt so dann noch wenn ich hier nämlich jetzt aus dem spiel raus gehen würde und hier kurz kreativ muss am mache dass ich hier dann trotzdem nicht meine fresse wenn du mal auf zu heulen wenn du mal ein meter runter fliegt wie idiot so jetzt hier lang komm ach komm deine mutter ach hier bin ich ja hier weiter hoch schon jemand war piste ich doch mal du scheiß gelehrt ganz ehrlich keiner will mit dir befreundet sein wird ne da unten war ich gar nicht Wenn ich vielleicht wüsste, weißt du, wo hier in der Nähe ich war. Oder wenn ich da mal ganz, ganz runterkomme. Hier, hier, ja, warte mal, wo bin ich denn da lang gerannt? Scheiße, jetzt will ich nicht mehr, wo ich lang gerannt. Hier, oh, oh, oh. Das Spiel der Zeit. Es bekommt uns alle. Aber werden wir es noch bekommen? Werden wir es schaffen? Werden wir es heute noch bekommen? Werden wir unseren, wird, wie war, habe ich, habe ich hier Silber abgebaut? Hallo. Wir sind dann hier vielleicht irgendwo meine Sachen. Ach, scheiße, ach, Mann, das ist doch jetzt so ärgerlich. Hä? Wie bin ich denn da hier rand? Bin ich, war ich echt so blöd und bin hier die Kurve gerannt? Oder bin ich hier hochgerannt? Ja, hier hoch geht es auch nicht. Hä? Aber, hä? Und hier war ich ja hundertprozentig auch nicht. Alter, was ist denn das hier? Alter, wo bin ich denn hier gelandet? In welcher Kluft? Ist ja übelgeil, aber trotzdem, das regt ja einen auf, wenn ich, wenn ich jetzt hier wirklich meine ganzen Sachen jetzt verloren habe. Hm. Oh Mann, jetzt kommst du schon wieder. Ja, jetzt kommst du. Ach Gott, wirklich. Mann! Ah, schönes Spiel. Ich liebe es so sehr, also ich kann's doch jetzt nicht glauben. Wo sind denn meine Sachen? Ich war doch schon da unten. Nee, ich bin da unten. Was ist dann? Nix ist dann. Keine Sachen. Mann, die, die bleiben doch sonst immer. Drei Tage oder so. Nö, ach, mit der Eimer sind sie weg. Ja, ach. Hör doch auf. Nö, wenn ihr Schockspiel spielt, nö, dann müssen sie weg sein. Das ist ja so richtig. So, das kommt ein kurzer, ich könnte hier schon ausrasten, deswegen hast du mein Klapp so, so verfickt. Mann, du warst so doll weit, ja und dann so ein Scheiß. Wo muss ich denn jetzt hier lang? Ja, liebe Freunde. Das ist natürlich sehr bitter. Ach man, Alter, wirst du mal den Maul, du Scheiß, er fickt da hoch und so. Sorry, für die Bedeutung. Der Taumbomb, der hat's einfach nicht mehr drauf. Aber ich weiß zumindest jetzt, wie ich da hinkomme. Und zwar... Oh, scheiße, jetzt will ich doch nicht mal, wie ich da hinkomme. Doch hier was, ne? Ach. War das hier? Meine Fresse, ich hab ja keine Ahnung. Das war aber schon richtig, oder? Ich glaube, hier hat er nur im Kreis. Nein, ich glaube, die äh, Sachen sind jetzt, sind jetzt Geschichte, die... Bekomme ich glaube ich nie wieder. Das ist natürlich sehr schön. Er kann doch jetzt nicht hier sein. Ich laufe hier nur im Kreis. Ahem. 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 dann muss ich immer am anfang einstellen ach wenn du wie das bitter ist also dass das ist jetzt wirklich sehr sehr bitter dass das ist ja jetzt wirklich natürlich jetzt zwei verschwendete folgen überhaupt ja totale drecksfolgen eigentlich obwohl part so der part ging ja eigentlich und dann muss die sterben dann ging ja alles den bach runter das ist so scheiße ich hasse dich ich habe gesagt ich habe es ja auch weiter zu spielen wenn ich die vier da schon wieder sehe da bekommt man auch nur die kräfte dann gehe doch weiter und noch ein ernst ja jetzt war jetzt einfach folgt ob da vor der wixer man stirbt doch mal ehrlich aber zu beruhig die scheiße so immer noch nach meinen gegenständen aber diesen weg wir sind doch einfach nur weg alle und ich war da im grad und ich war doch vorhin und unten was ist passiert nix da war ja nix ich wieder nicht mal wo ich da war und wo ich denn das ist das ist doch so bitter das ist doch so reudig die ganze geschichte hier ganz ehrlich jetzt finde ich jetzt auch nie wieder hin leider so scheiß ich wusste ich jetzt auch noch das mikrofon weil ich so sauer bin ich glaube die gegenstände die bekommen wir nie wieder und ich glaube ich stelle auch die ganzen warum ist denn hier auch alles so verzwickt und so verzweigt und so ein scheiß gibt es nicht einfach einen gang der der zeit oder gut du gehst jetzt da ein nö ach finde den weg glücksspiel macht sich diese nahe lisse wo jetzt hier zweiter minuten ja super wir sind schon also ernst ehrlich ich habe doch kein bock ganz ehrlich ich habe auch ob die ernst meine scheiße bock mehr weil das macht die ob ja keinen spaß und ihr wollt bestimmt ja wie hat er mich da gerade getroffen und wir wollten auch nicht sehen wenn ich wie ich immer jedes mal hier outen abbauen und dann sterbe dann wollt ihr doch auch nicht sehen meine fresse du findest aber auch gar nicht mehr hin kein weg und was ist denn das du bist auch schon gleich wieder tot dich wegen der nahrung nur weil du mal kurz die fünf minuten in der höhle bist verkackst du gleich weil du am bei 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 einer anung hast du tot stürzt an an hungersnot so recht tot bis und scheiße ich merke gerade ich komme einmal hoch super herrlich liebe freunde also um ich verabschiede mich halt um auch mit dem tod hier aber ich weiß nicht wie ich dann weiter machen muss aber ich habe es bedankt schon wird wird bist du schon so